Ich bin auf dem Farming Simulator Kanal und gestern kam mir das Alpine Farming DLC oder Alpine Farming raus. Der Link zum Trailer Bubble ist in der Beschreibung. Ich habe es ein bisschen leidig, ich muss nämlich noch ein bisschen was erledigen. Und dann der Stream startet um 18 Uhr auf meinem Twitch Account und am 19.30 Uhr gibt es dann im Morgas. Seid auf alle Fälle dabei, ich würde mich sehr freuen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.